Hier ist der Europa-League-Sieger 2022! Hier ist unsere Mannschaft von Eintracht Frankfurt! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen! Hier sehen wir die Fans von Eintracht Frankfurt und natürlich die Mannschaft, den Pokal und den Trainer, wie sie hier gemeinsam feiern. Es ist einfach unglaublich! Guckt euch diese Szenen hier wirklich nochmal ganz an und schreibt wirklich eure Meinung dazu in die Kommentare! Es ist einfach überwältigend, was da gerade in Frankfurt abgeht. Das ist einfach wirklich von einem anderen Planeten, das kann man sich kaum vorstellen. Deswegen viel Spaß hier mit den Bildern! Seid ihr bereit? Hier ist der Europa-League-Sieger 2022! Hier ist unsere Mannschaft von Eintracht Frankfurt! 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 Untertitelung. BR 2018